Hier ist noch ein Hebewerk. Ich glaube, das ist auch noch aktiv. Hier sind auch noch Schiffe. Deswegen wird das das Hebewerk sein, was wohl noch genutzt wird. Die beiden links daneben und das da ganz hinten, da gehe ich auch noch gleich hin, die werden wohl nicht mal genutzt werden. Wo wohl die Flagge steht. Also die österreichische Flagge wird es wohl nicht sein. Die sieht bestimmt auch anders aus. So, ich sag mal, weiter geht's zum Linksten.